Ja, herzlich willkommen bei Fels24 TV. Fels sind der Wirtschaftsprüfer Steuerberater, Rechtsanwälte. Mein Name ist Manfred Bayer vom Beruf Wirtschaftsprüfer Steuerberater. Mit diesem Kanal wollen wir Ihnen Informationen zur Verfügung stellen, Informationen für interessierte Unternehmer, Informationen auch für Kooperationspartner im Bereich der pauschal notierten Unterstützungskasse, der Unternehmenskasse als Innenfinanzierungsinstrument. Wir wollen Ihnen aktuelle News zu steuerlichen Themen, zu Themen rund um verschiedene Fachbereiche unserer Rechtsanwälte zukommen lassen. Wir wünschen Ihnen auf dem Kanal ein gutes Stöbern, interessante News und wenn Fragen darüber hinaus bestehen, wir stehen auch gerne am Telefon oder persönlich für Sie zur Verfügung.